ARD Text im Auftrag von Funk Hi! Hallo! Oh, wie schön! Oh, danke schön! Hi! Hallo! Mensch, schön, was ihr jetzt einrichten konntet! Ey, da unten, da waren eben so ein paar Idioten, die waren ganz offensichtlich auf dem Weg, das Spiel zu gucken. Ist das zu fassen? Deutschland, Deutschland! Sorry, aber wer die WM guckt, dem ist doch nicht mehr zu helfen, oder? Da ist man doch quasi mitverantwortlich für das, was da passiert. Ja, genau. Ich meine, in 13 Minuten ist Anpfiff und mir ist es scheißegal. Ja, voll! Aber wir sind ja auch anders drauf. Ja. Boykott! Boykott! Ja, kommt rein! Ja! Hast du wieder eins in deinen Füßen, oder was? Ja, ja. Ach, nö, bitte nicht bei uns. Ist doch schön, dass wir auch mal für sowas wieder Zeit haben. Ja, total. Ah, das war jetzt aber nicht der Anpfiff für das WM-Spiel, oder? Hast du? Nein. Also ja, anscheinend war das der Anpfiff. Aber ich habe die App nur wegen Bundesliga-Live-Tickern, ne? Also wäre ja heute eigentlich Spieltag gewesen. Ich lösche die jetzt einfach. Hey Leute, ich habe eine Idee. Als Zeichen dafür, dass wir diese scheiß WM wirklich alle boykottieren, legen wir jetzt alle unsere Handys auf den Tisch. Und während dem Essen schaut keiner aufs Telefon. Hey, komm Leute, ist doch alber. Äh, wieso? Also findest du es jetzt okay, dass tausende Arbeiter für dein Vergnügen gestorben sind? Nee, natürlich nicht. Also ich habe kein Problem damit. Ja, ich auch nicht. Wer diese WM guckt, ist Teil des Problems. So, ich gehe dann mal eine rauchen. Äh, ich komm mit. Du brauchst doch gar nicht. Doch, ich habe jetzt angefangen. Guck mal. Da, die gucken einfach so das Spiel. So wenig Rückgrat musst du erstmal haben. Gut, jetzt ist die Mannschaft grad eh nicht fit. Ne? Jetzt, wo Werner und Hummels noch fehlen. Also nicht, dass es mich interessieren würde. Hauptsache, wir fliegen nicht in der Vorrunde raus. Würde ich sagen, wenn es mir nicht komplett egal wäre. So. Ähm, sag mal Caro, deine Nachbarn hier, das sind jetzt keine Japaner oder Spanier oder so? Gute Frage. Nee, das sind Deutsche. Aber man hat mir super viel Sport gemacht. Ja. Ich hoffe, es schmeckt euch. Ich muss mal auf Toilette gehen. Ja, ich gehe noch eine rauchen. Ja, du warst doch gerade eine rauchen. Bist du jetzt meine Mutter oder was? Ja! Ja! Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Was spielt ihr hier für kranke Spielchen? Wo ist denn euer Sinn für Fairness geblieben? Für Menschlichkeit? Und warum sagt mir eigentlich niemand, wie viel es steht? 3-0. Es steht 3-0 für Deutschland! Ja! Ja! Dreimal Brand! Ich hab's gewusst! Ja! Hey, stopp, Leute! Das Spiel läuft noch. Also vom Nicht-Gucken werden die Arbeiter ja auch nicht wieder lebendig, ne? Ja, und die Spieler können auch nichts dafür. Hey, aber morgen boykottieren wir wieder, oder? Da spielt Uruguay gegen Südkorea. Ja! Unbedingt! Für die Menschenrechte! Für die Menschenrechte!